Deutschland hat ein Problem und ich will hier nicht über Corona reden, das tun die anderen Medien schon jeden Tag lang genug. Das Problem, das ich hier ansprechen möchte, ist eines, was ähnlich wie der Virus Menschenleben fordert. Der Unterschied ist aber, dass es bei dem Virus keinen Täter gibt. Bei rechten Terror ist das anders. In der Nacht auf den 20. Februar 2020 machte sich der Rechtsterrorist Tobias R. auf den Weg, um neuen Menschen zu erschießen und danach noch seine Mutter umzubringen. Die Reaktionen darauf waren riesig. Direkt am selben Tag gab es öffentliche Veranstaltungen und Mahnwachen, die auf das Rassismusproblem in Deutschland aufmerksam machten. Denn diese Gewalt ist grauenvoll, aber nichts Neues. Neu ist auch nicht, dass migrantische Menschen, Familien und Communities von ihr getroffen und nicht geschützt werden. Das haben wir auch bei den NSU-Morden gesehen, bei denen eine Bande von Nazis über Jahre durch Deutschland gezogen ist und Migranten kaltblütig ermordet hat. Aber über den NSU müssen wir gleich nochmal reden. In den Stunden nach dem Anschlag in Hanau zeigte sich wieder der Rassismus in der Gesellschaft. Die Zeitung Fokus sprach noch in der Nacht von Shisha-Morden. Dann, als klar war, dass ein Deutscher gezielt Migrantinnen und Migranten ermordet hatte, verkündeten eine ganze Reihe von Menschen, dass der Täter einfach nur verrückt war. Er wäre einfach ein Geisteskranker gewesen, der in dieser Nacht durchgedreht ist. Genau das meinte auch das Bundeskriminalamt in ihrem Abschlussbericht. Dort kann man lesen, dass es zwar eine rechte Tat war, der Täter aber sei einfach ein Geisteskranker gewesen, der möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte. Aber wenn er einfach nur ein Geisteskranker war, warum waren dann wieder Migranten die Opfer? Warum hat er für seine Taten Shisha-Bars ausgesucht und nicht einfach irgendwelche Kneipen? Und wieso findet man in seinem Manifest genau die faschistischen Parolen und Verschwörungstheorien, die von Höcke und anderen Faschisten verbreitet werden? Die Morde des NSU zeigten, wie tief der Rassismus und Faschismus in Deutschland sitzt. Zum einen gab die Presse den migrantischen Arbeitern, die in ihren Geschäften ermordet wurden, den Namen Dönermorde. Und das titelte nicht nur die Bild-Zeitung. Die Welt, die Fats und noch viele andere schrieben genauso herablassend über die ermordeten Migranten und Kleinunternehmer. Zum anderen ging die Polizei direkt davon aus, dass es sich um Streit im Drogenmilieu handelte und bespitzelte die Familien, die gerade ihren Angehörigen verloren hatten. Dabei gingen die Ermittlungsbehörden extrem rassistisch und skrupellos vor. Zum Beispiel wurde der Besitzer des Friseursalons auf der Kolbstraße in Köln, vor dem 2004 eine Nagelbombe des NSU in die Luft ging, von der Polizei massiv unter Druck gesetzt. Er wurde beschuldigt, für den Anschlag mitverantwortlich zu sein und ihm wurde gedroht zu überprüfen, ob er seine Steuern doch richtig gezahlt hat. Anstelle also nach dem Rechtstheoristen zu fahnden, wurden hier Opfer zu Täter gemacht. Den Hinterbliebenen schenkte die Polizei auch kein Vertrauen. Ismail Yozgat ist der Vater des ermordeten Halid Yozgat. Halid wurde in einem Internetcafé der Familie vom NSU erschossen. Der Hinterbliebene Vater sagte vor Gericht, ich wusste, wer die Mörder meines Sohnes sind. Ich habe den Polizisten gesagt, dass die Mörder meines Sohnes Ausländerfeinde oder Türkenfeinde waren. Sie glaubten uns aber nicht. Das Einzige, was die Polizisten taten, sie ermittelten die Einnahmen- und Ausgabenverhältnisse der Familie und unterzogen die Familienmitglieder DNA-Tests. Hier zeigt sich der tief verwurzelte Rassismus bei den staatlichen Behörden. Doch es wird noch dunkler. Während Halid Yozgat in dem Internetcafé mit zwei Schüssen in den Kopf kaltblütig ermordet wurde, war noch ein weiterer Mann in diesem Lokal in Kassel. Dieser Mann heißt Andreas Temme und er arbeitete zu dieser Zeit für den Verfassungsschutz. Angeblich soll er nichts von dem Mord mitgekriegt haben. Er sagte selbst, er habe nicht gehört, wie mehrere Schüsse abgegeben wurden. So ein Schuss erzeugt mehr als 130 Dezibel und das auch noch in einem geschlossenen Raum. Temme ist eine zentrale Person bei den Morden des NSU. Er spielt sozusagen das Bindeglied zwischen Geheimdiensten und Neonazi-Szene. Er hat langjährige Kontakte zu Rechtsradikalen und wurde selbst in seinem Heimatort Klein Adolf genannt. Nach dem Mord an Yozgat führte eine Spur die Ermittler zu Temme. Die Ermittlungen gegen den Geheimdienstler wurden dann aber auf drängender Politik und des Verfassungsschutzes eingestellt. Letztendlich haben wir mit dem NSU-Trio nur die Spitze des Eisbergs gesehen. Im Laufe der Ermittlungen wurde klar, dass der NSU in ein rechtsterroristisches Netzwerk eingewebt war, die den gewaltbereiten Neonazis falsche Pässe, eine Unterkunft und was man noch so braucht, wenn man jahrelang im Untergrund unterwegs ist und Migranten ermordet, besorgt haben. Zu diesem Netzwerk gehörten unter anderem Menschen von Blood & Honor, die unter anderem Temme als V-Leute beschäftigt hatte. Doch in den letzten Jahren wurde uns noch ein weiterer Einblick in die faschistische Szene gegeben. Im Jahre 2017 kam heraus, dass sich ein konspiratives Netzwerk aus hunderten ehemaligen und aktiven Bundeswehrsoldaten gebildet hatte. Sie machten Schießtrainings und übten für den sogenannten Tag X. Angeführt wurde dieses Netzwerk von Geheimdienstlern und Soldaten der Eliteeinheit Kommandospezialkräfte, kurz KSK. Sie legten zusammen Waffendepots an und stellten Todeslisten zusammen. Auf diesen Listen findet man unter anderem den Namen des hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der am 2. Juni 2019 von Faschisten erschossen wurde. An eines ihrer Mitglieder, Marco G., überwiesen die Faschisten des Hannibal-Netzwerks jeweils 600 Euro, damit er genau solche Waffendepots anlegt. Bei Marco G. fand man unter anderem mehr als 30.000 Schuss Munition, eine Maschinenpistole und viele andere Waffen. Zudem wollte er Leichensäcke und Edzkalk besorgen, um bei der faschistischen Machtübernahme die Leichen politischer Gegner schneller verwesen lassen zu können. Marco G. war übrigens lange Zeit beim Sondereinsatzkommando und ist AfD-Mitglied, so wie viele andere aus dem Hannibal-Netzwerk auch. Wir haben also gesehen, dass es in Deutschland organisierte Netzwerke von Faschisten und Neonazis gibt, die schon seit Jahren Migranten und Migrantinnen ermorden. Sie verbreiten Terror und Angst in der Bevölkerung und üben weiterhin Anschläge aus. In Halle, in Hanau, in Zelle, Kassel und vielen weiteren Städten. Vor der Justiz landen, wenn überhaupt, nur einzelne Mitglieder. Die Netzwerke und Hintermänner werden nicht angerührt oder aufgedeckt. Das ist auch kein Wunder. Beim Hannibal-Netzwerk haben wir gesehen, dass die Anführer sich alle aus den staatlichen Behörden rekrutieren. Aus Eliteeinheiten der Polizei und des Militärs und aus den Geheimdiensten. Das heißt dann auch, dass die Familien der Opfer des rechten Terrors weiter für Gerechtigkeit kämpfen müssen. Denn der Staat wird ihnen diese Gerechtigkeit nicht bringen. Er sorgt vielmehr für weiteres Blutvergießen. Teile und like das Video und hilf uns den Kanal zu verbessern. Lass uns auch gerne noch deinen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Video.